ARD Text im Auftrag von Funk Ciao zusammen, ich bin Sascha Feuchter. In Szene nennen sie mich auch Mike. Ich bin 18. Ich wäre eigentlich ein Wakeboarder. Aber ich habe den Durchbruch nicht geschafft. Über den Penner wei mich nicht dort. Scheisse, Mann. Aber hey, ich bekomme jedes Check. Und darum markiere jetzt weiter bei dieser MrSchweiz.ch Wahl mit. Ich schaffe es. Ich gewinne. Ich kann jede haben. Ich schaffe es noch mal. Ich schaffe es noch nicht mal. Unschreie ist schon noch mal mal. Wir sind jeden Tag wieder. Es hat eine Zwisch constatation.